Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem, ja sehr lang schon nicht mehr aufgenommenen Part von Final Fantasy 9. Ja, warum denn um Himmels Willen kam denn jetzt so lange kein Video mehr, liebe Zocki, was hast du angestellt? Da schaut mal, ich war fleißig, ich habe gelevelt, um eine Chance zu haben, eine mögliche Chance zu haben, gegen Hades und seine Gesellen anzutreten und sie auch besiegen zu können. So, ja, eigentlich wäre ich schon viel früher fertig geworden, nur ist mir, ja, ich bin wieder schusselig gewesen, habe den einzigen Spielstand, den ich mir am Anfang erstellt habe, überspeichert. Ja, aus, wie soll ich sagen, wegen, wegen zu wenig Kontrolle und Aufmerksamkeit, ja, ich erzähle euch, was passiert ist. So, als erstes machen wir nebenbei ein paar Abilities weg, tauschen wir es jungen, wenn möglich, schon, also es war so, ja, machen wir das später mit den Abilities. So, also ich habe mir gedacht, okay, ich möchte gerne, ich kenne die Hades, äh, Gegner, sage ich jetzt mal noch nicht, also Hades selbst haben wir schon gesehen, aber, und zum Teil auch Wasser tropft, aber die anderen drei, die noch kommen, die kenne ich nicht, ne? So, und da dachte ich mir, das wäre ja auch mal was Schönes fürs Let's Play, ich fange einfach mal an zu leveln. Gut, ich war schon mit Zitane von, was hatten wir, 72 oder 70 so irgendwie, ne? Hatte ich schon auf 84 und dann wollte ich am Abend noch ein bisschen leveln und bin eben beim Spiel, also beim Titelbildschirm, statt auf Spiel laden, auf Fortsetzen gegangen. Weil ich der Meinung war, dass das ja eigentlich so sein müsste, dass das Spiel erkennt, okay, die Zocchi hat da gespeichert, von da nehmen wir den Spielstand. Nein, dem ist nicht so. Das Fortsetzen-Button hat einen eigenen Spielstand. So eine Art automatisches Speichern, wenn man das so sagen, oder beschreiben darf. Und da hat der Schlingel den Spielstand von dem Punkt genommen, wo der gute Zitane statt level 84 level 72 war. So doof wie die Zocchi ist, ist mir gar nicht recht aufgefallen, dass die Gegner so zart kaputt gehen, also schwer kaputt gehen. Und da ich dann, ja, zwecks World of Warcraft Raid hatte, und das unsere erste Raid-Arbeit war, habe ich halt ganz fix noch gespeichert. Und nach dem Speichern ist mir freilich aufgefallen, da sollte eigentlich eine andere Zahl stehen. Somit habe ich das, was ich an dem einen Tag wunderbar zusammengelevelt hatte, wieder verloren. Und dann, bravo Zocchi, ich weiß, ich bin ein Genie. Die Tage darauf hatte ich nicht so viel Zeit und, ja, zwischendurch hatte ich auch mal einen heftigen Migräneanfall. Da musste ich mal einen Tag sowieso aussetzen und habe dann eben klein bei nebenbei die Level wieder nachgeholt. Und darum, wir sind jetzt Level 93 mit Zitane. 90 soll das Minimum sein für Hades. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, ob uns der Sieg gelingen tut. So, bis es soweit ist, möchte ich gerne ein paar Abilities wechseln. Äh, was machst du denn da? Und zwar, die brauchen wir dabei nicht. Was haben wir denn hier? Die muss man kurz nachschauen. Schlaf verhindern wäre nicht schlecht. Was ist wohl das Auge? Hinterhört. Steigert Wahrscheinlichkeit für einen Konter. Auge um Auge. Geld und Leben ist ja was für weg. Inner, von Fuß wäre gut. Was haben wir noch? Verhindert Stopp. Das wäre auch nicht schlecht. Den wäre auch nicht so schlecht, wenn ich kippe, wenn sie scharf sind. Ah ja, natürlich. Die Monen. Monster aus Stein. Für fliegenden Monster mehr Damage zu. Stärke Bonus. Willhelm, den ist auch gut. Ja, was tun wir denn da jetzt? Der Unterdunter da. Ich glaube, äh, hoppala. Ich glaube, haut den... Tschau. Ich und mein Verdrücken. Haut den Lukas, tue ich mal weg. Ha, geht's nicht aus. Krack. Krack. Gift und Toxidings. Confusion. Das wird Licht. Belegend, Sonja, Schlaf. Level Up ist weg. Kavalier. Ich glaube, den tue ich der Wahl mal weg. Und gibt dafür... Äh, wo war es denn? Adrenalin, was noch? Ja. Und dann haben wir noch drei Über. Vielleicht, wo war das? Nimm vielleicht doch wieder Haut den Lukas. So, Titane müsste fertig sein. Wie schaut's mit Lilimäuschen aus? Nein, das benutzen. Anlegen. Jo, sie hat eine neue Fähigkeit auch erlernt. Zwischendurch, das habe ich auch gemacht. MP plus 20% hat sie jetzt auch. Das ist sehr gut. Vor allem für sie. Tschau. Mein Gott, der wird gerade. Und, äh, ich... Also, Insomnia ist gleich. Schlaf, ne? Dann, was haben wir noch? Ah, das wär's schon. Wir haben noch neun über. Aha. Der Trend-Zustand. Der wär sicher alles schlecht vor Ort. Was kann das? Neutralisiert Refleck und ermöglicht die Ausführung von Zaubern. Wenn wir Refleck haben. Oder der Gegner. Wir, ne? Das war keine schlechte Fähigkeit. Da müsste ich gleich schauen, wenn Aiko das auch kann. Aiko? Das kann sie echt. Ho, ho, ho. Dann kann ich das hier... Warte mal. Ich opfere das für... Ich will es mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich ein Schlaues oder Gescheites ist. Insomnia, wenn der Schlaf ist ganz wichtig, anfeuern. Steigert die Kraft der Bestie. Oh, das wär nicht schlecht. Nochmal steigern. Ich mein, sie macht schon... Also sie hat bei den kleinen Monstrichen... ...hat sie schon... ...9999 Schaden gemacht. Ich werd den hier wegnehmen. Ah, geht sie gar nicht aus. Es fehlt noch drei. Ach, scho, wie ist das? Ach, scho, wie ist das? Dann werd ich das hier opfern. Tut mir leid, lieber. Und nehmen wir das da, würd ich sagen. Dann kriegt natürlich die Gute Lili. Dann kriegt da natürlich... ...schöne Stadtte, Vollmode, Nummer da da. Dann müsste man normalerweise an die Refleque wirken können, ...weil die Brüschen sind ja sowieso... ...ne, auf dem... ...auf, auf... ...ich haut dich weg. Aus, ne. Und was haben wir da noch tolles? Bokerherz, Sublex, was kann das werfen? Ah, sonst brauchen wir nicht. Reicht Trance, Konter. Das wär aber auch nicht schlecht. Das, wenn wir nicht haben. Was war Holzauge hinterhalb... Ah ja, genau, das ist gut. Entschuldigung. Entschuldigung. So, ich bin verdrückt, ich zauberst. Und es werde nicht. Doch Petrus fand den Schild nicht. So. Und... Und, äh, so, was wollte ich jetzt sagen? Warte. Vielleicht gibt es den Schüller. Hier, eventuell... Also, das ist HP Plus, ich bin ein Loodle. HP Plus ist natürlich eine geile Geschichte. Ähm... ...trotzdem... ...brauchen wir noch mehr Schutz. Hierfür? Weil, verhindert, kommt Fuß. Ich muss schauen, dass wir für alles... ...gewappnet sind. HP werden automatisch geheilt, wenn Charakter angeschlagen ist. Das wär aber auch nicht schlecht. Nee, das wär auch nicht schlecht. Es tut mir leid, dass ich da jetzt so lange brauche. Aber ich wollte euch da jetzt ein bisschen, äh, mit reinnehmen wieder. Äh, ich glaub, ich probier's einfach mal so. Wartet. Mit der Einstellung. Ich muss noch mal kurz zurücklaufen. Ich werde das Ganze ganz, 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 ganz fix speichern tun. Äh, äh, so. So, speichern, ja. So, dann sind wir schon recht gut gewandert. So, hoffe ich. So, das sind meine beiden, ja, Spielstände, meine Heiligen. So, den dritten habe ich sogar für einen eigenen Slot gepackt. Damit auch wirklich nichts mehr passieren kann. So, jetzt gehen wir zusammen. Hartes, wir kümmern. So, diesmal, diesmal müssen wir dich besinnen können, wenn ich in der Höhe. Da ist er. Mistelöse Stimme, wer wagt es, mich in meinem Schlaf zu stören, verschwindet, wenn euch euer Leben lieb ist. Nix hier weg hier, nö, wir bleiben. Ihr wollt also bleiben, dann sollt ihr sterben. Das werden wir sehen. Wir haben zwei Heiler mit und zwei Ideen, die wirklich schön damage machen. Ich bin ja mal ein Gespannte. Wie die Musik so im Verhältnis zum Gegner so lustig ist, ne? Wir rufen, ich habe mir an, ob es gut sind, passen könnte. Äh, fangen wir mal mit was Kleiner an. Ich muss mal testen, fangen wir mit Eis an. Ja, fast kein damage, nur ein Schatz, mal besser. Oh, ich hätte den Liebstahl machen sollen. Sorry! Aber da gehen wir auf Karl Funkel. Das müsste funktionieren, ich hoffe sehr. Aber die Heilung halt, ne? Durch die Heilung, das ist interessant, ne? Ich hoffe doch sehr. Ich denke, für den Anfang kann man das schon so machen. Wir haben jetzt zwei Heiler mit. Wir werden das schon schauen, wie viel damage. Energie beginnt sich um schwer zu sammeln. Richtig, da war ja was. So, irgendwie hat die Bessin was geholfen, ne? Ha! Äh, ich nehme Leviathan. Es werden jetzt, äh, so ziemlich alle, äh, Pestier werden, die ihren Gast auftritt haben. Weil, also ihre Animation. Ich glaube, das kommt vom Anfeuern. Die Pettel. Und so. So, ein bisschen. Drei. Jetzt bin ich gespannt, ob wir sterben. Drei. Ich habe keine Ahnung, die Bessin. Ich habe keine Ahnung, die Bessin. Ich habe keine Ahnung, die Bessin. Wir müssen normalerweise geschützt sein, dürfen aber nach wie vor uns heilen. Ui, richtig kring, subi. Boah, kein Vergleich zu damals, ne? Doppelzüglich Damage. Oh, entschuldigung, ich habe mir schon mal das angemacht. Schauen wir, ob es klappt. Ja, schaut so aus, ne? Ähm... Topsucht, Blende, ne, wie er das. Ach, es hat sie gar nicht, das kann sie da. Erteilt blind. Zielobjekt schwebt. Topsucht, konfus. Reflektiert sauber. Zielobjekt schrumpft. Erteilt schweigen. Ah, da, gut ist. Ja? Aber hoffentlich haut er sich. Hermesstisch, das hat lauter Zubat. Das haben wir ja schon längst, das Zeug. Oh, der Damage ist echt nicht schlecht. So, was kommt jetzt? Verwünscht? Ah ja, stimmt, wir sind ja alle voll krank, ne? Äh, Antitod. Antitod. Hebt Toxodus, Gift, Stein, Gips. Schwächt Zaubersprüche ab. Erteilt schweigen. Zielobjekt schrumpft. Reflektiert. Konfus. Erteilt. Okay, warte, ähm, Stein und Gips haben wir eigentlich nicht. Toxodus und Gift vielleicht sowas. Irgendwie mal. Langsam sind wir halt jetzt, ne? Verfehlt, okay, vergiss es. Scheiter auf Damage konzentrieren. Dann rufen wir doch gleich mal Madi. Gerichtklinge. Okay. Das geht alles noch nicht wahr. Terror Homing. Mit Animation. Verwürden. sample für die Zốpata Lieberkartier. Jetzt kommt uns da auf den Weg acronym her. Fernsehen. mag extra günst Pizzini用. Foundry wand auf den Weg. verk desk. 9999 So schaut's aus. Maximaler Damage Muah Reflex Obak Aber eine Bestie muss durchkommen, oder? Hmm Abermals kann Funkel einsetzen Spalten Aber ja, das war keine gute Idee Funkel einsetzen Ich rät aber Feuer gegen Feuer Dann werden wir gleich das Wasser besser aufgehoben Gerade Funkel Das ist so gekriegt, diese Bestie Dann müssten wir noch eine kleine Katastrophe zu decken Oder den kleinen Na, ich glaub Der Funkel ist hier etwas unnötig Unnötig Ja Ja Okay Es schaut noch besser aus als letztes Ich glaub schon, ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen Ich meine, der hat sich gar nichts gebracht 2000 Damage ist nicht viel Ist er hin? Ja Kaido, er ist hin Cool Ihr habt mich also geschlagen Nun denn Ich weiß eure Stärke zu schätzen und werde euch helfen Bringt mir zwei Eifersplitter hierher Ich werde euch eine Waffe schmieden, die niemand sonst anfertigen kann Habe ich die? Ihr seid zurück Habe ich die Sachen dabei? Ich weiß es nicht Eifersplitter Wie hat er gesagt, ne? Ach, okay Leck mich hier noch ab Aber jetzt Die muss ich herstellen Hammer und Eiferstein Na, prima Oh Warte mal langsam Das sind Warte 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 Echt? Phönix Daune Aha Äther Da kann man echt Äther herstellen lassen Okay Okay Kaiserruder Blechrüstung Protekt Ring Rheinkanad Ring Rheinkanad Ring Eiferstein Och Gottchen, das habe ich alles noch Wo kriegt man einen Hammer hier? Habe ich den immer schon gehabt schon? Ich glaube nicht. Das ist die einzige Waffe, die geht. Und die scheint aber für niemanden zu. Mich macht die jetzt einfach mal. Infanteriewache. Aha. Wir haben nur mehr 3 Äther. Ich mach mal 3. Na super. Da hätte man noch einiges machen können. Vielleicht sogar neue Fähigkeiten oder so. Und die habe ich jetzt alle nicht. Heiligenrobe Schatten und Kaiserrobe. Warte mal. Hoppala. Falsche Taste. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Danke, glaube ich. Gibt es jetzt noch? Ich dachte, die geht es weiter, ne? So, und was sind dann die anderen Gegner? Hm. Auf jeden Fall brauche ich mal tolle Augen tropfen. Der Paar ist besiegt. Ist ja schon mal nicht schlecht. Was ja nebenbei. So. Items. Äh. Falsch. Anliegen. Heiligenrobe. Wie sieht das an? Ja. Aber die Dunkelrobe fehlt uns. Eifersplitter hätten wir auch ein. Wir bräuchten aber 2. 3. Haarband. 11 Uhr. Ja. Ich glaube, ich gehe mal speichern kurz. Jetzt ist natürlich die Sache die, dass ich keine Ahnung habe, wo die anderen sind. Die anderen Gegner. Die anderen 3, was die können, eigentlich auch kein Schimmer. So. Einmal da drüber gespeichert. Und einmal da drüber. Äh. Entschuldigung. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass unser lieber Vivi eine Dunkelrobe anhat. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht. Warte mal. Gruppenmitglieder wechseln. Ja. Äh. Äh. Lilly. Nur ganz kurz. Entschuldige bitte. Ja. Äh. Entschuldigung. Äh. So. Äh. So. 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 Wechseln. So. 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 Oh. My turn. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich mir noch ein Büro betragen könnte. Die Hammer ist schade. Das ist jetzt wirklich schade. Naja, Pech gehabt, würde ich sagen. Das ist halt Pech gehabt. Wir können nur noch anklicken. Der gute Lillimaus vielleicht, damit sie Erzengel noch lernt, sage ich mal. M, P plus 50 mit der Richtung. Wo? Wo? Glücklich. Kann sie haben. Aber sonst etwas da noch. Da war auch was mit dem Refleckring. Immer den Refleck können wir ihr noch geben. Gut. Der gute Eiko ist da noch was zu holen, äh zu holen, genau. Zu machen, würde ich sagen. Ich glaube nicht. Die ist eh schon so, so stark, die kleine Maus. Und langsam verabredet ganz. Eiferspiegel. Da haben wir echt nur einen einzigen. Wie war das Eiferspiegel? Ah, das war das Hammer und den Dings, ne? Das ist halt echt bitter. Hätte ich echt nicht gedacht. Ha. Dass man da so viel Geldzeug braucht. Ich gebe hier mal kurz. Und sonst geben wir hier einen Dingsboarding. Ähm, vielleicht kann ich das eine noch spielen. Ansonsten haben wir nix. Da ist er. Halt. Ihr seid zurück. Ich hab die Sachen dabei. Ich... Ich weiß es nicht. Also Eifersplitter haben wir was, okay. Ja, mit Eifersplitter können wir gar nix machen. Einherstellen, aber da brauchen wir einen Eifersstein. Den wir auch nicht haben, weil wir dafür zwei Eifersplitter bauen. Hä? Das verstehe ich jetzt ganz. Wir brauchen zwei Eifersplitter für einen Eifersstein. Ach so, ich begreif schon. Den Eifersplitter. Mit dem Hammer kann man den Eifersstein zerklopfen. Dann kommt ein Splitter raus. Na lol. Das ist echt produktiv. Ach du liebe Zeit. Naja. Wem gehört denn eigentlich? Ah, na na na. Na na na. Entschuldigung, das war verkehrt. Entschuldigung. Ich bin schweig. Ähm. Für wen ist jetzt eigentlich diese Waffe? Na, verkehrt. Ist das jetzt für dich, oder? Für den Steiner. Scheint für den Steiner zu sein. Für die Euro. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter, oder? Spähert nicht. Ah, jetzt kommen wir mal zum ersten Mal wieder einen kleinen Gegner. Seit Wochen. Ha. Für mich seit 5 Stunden. So. Dann hauen wir schnell weg. Damit sonst bin ich etwas zu heilen. Dann hätte ich eigentlich gleich... Ach. Scheint. Weißt du was? Na mal Platz. Und gut ist. So. Und dann heile ich einfach über die Ability. So. Wutsch. Ich hoffe, dass wir jetzt die anderen 3 irgendwie auf den Weg an Skoya und mit Skoya fluchen. Ansonsten wären wir im nächsten Part uns Skoya mitgekommen. Ähm. Ja. Das LP wählen. Teil. Auch die Anfrage. Zweck. Ähm. Den Schoko. Und den Steinkarten. Ausgaben. Schätze ich. Ähm. Ja. Hab ich. Äh. Also. Das ist wirklich mehr Wurst quasi. Ich würde sagen. Machen wir die Geschichte fertig. Und dann beenden wir das LP. Außer wie gesagt. Wir finden noch die 3 anderen seltener LP. Aber wenn ich jetzt dafür ganz so runterlaufen muss es auch in Klasse denke ich mal. Ich hab nicht mehr an Wurst. Ich weiß nur, dass ich hier in diesem Ort sein soll. Also im Ort der Erinnerung. Aber ansonsten. Hm. Weiß ich nicht. Tag. 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 Bei Kuya müssten wir mehr als stark genug sein, wie gesagt, damals habe ich ihn schon mit Level 75 besiegt, ich hatte aber vorgelegt, sie da nicht Level 75 und die anderen nicht und das müsste reichen. Problemlos. Na, Viechern? Bist du sicher, dass du Lebenscampen willst? Ich habe vergessen, Entschuldigung. Hier ist jetzt kein Beinbruch, das die Maschine hat. Naja. Naja, die beste, die wir in der Luft haben. Naja. Ne,ON DEINBEL Naja. Der hat mich gekratzt. Na, überhaupt kein Ermconscious. Ein Aber gar keinen. Ich würde das Auge gefallen. Aber toll. So. Und die Shiva, die Hübsche. Shiva, die kühle Schönheit. So, das war's fürs Fieken. Perfekt. So, und der Part ist auch schon zu Ende. Du, die ist ja. Ja, ich bin voll mit Christbaum. Was Phönix-Feder betrifft. Warte mal ganz kurz. War ich überhaupt da schon mal drin? Ja, schon eigentlich, ne? Achso, da war nur dieser Karten-Spiel-Typ. Weißt was? Ich bleib mal kurz hier. Wir machen unsere Speicher-Ritus. Ja, das ist vielleicht schlau. Speicher-Ritus auch. So, speichern da, wie du musst. Speichern, da, ich bin. So. Passt. Unsere Sicherheits-Spielstände, alles da. Wunderprächtig. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie das Video schaut. Und im nächsten Part werden wir wahrscheinlich Kuya angehen, außer wir finden noch einen der drei seltenen Gegner auf unserem Weg. Und ansonsten wird wahrscheinlich im nächsten Part das Let's Play vorbei sein. Wunderbar. Also genießt mit mir dann die letzten schönen Augenblicke in diesem Spielchen. Wir lieben, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.